Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute muss ich euch erstmal erklären, warum es jetzt Montag ist und letzte Woche Sonntag und auch am Montag gar nichts kam. Ihr wisst ja, der Montag, der ist ja bei mir so ein bisschen der Ausweichtag, falls irgendwas am Sonntag massiv schief geht. Es kommt ja wirklich selten vor, also ich finde es ja erstmal schon mal frech, dass ich Nachrichten bekomme, ständig kriegt es erst am Montag einen Alpcast und nicht am Sonntag wie eigentlich. Ja, so oft passiert das aber eigentlich gar nicht. Will ich jetzt hier mal so, ja, weiß ich nicht, muss ich mich jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. So oft passiert mir das gar nicht. Heute passiert es mir mal wieder. Heute kann ich das aber auch gut erklären. Heute ist der erste Tag, an dem ich mich wieder halbwegs verständlich ausdrücken kann. Ich bin immer noch sehr, sehr krank. Ich bin jetzt seit langer Zeit schon krank. Deswegen kam letzten Sonntag übrigens auch kein Podcast, weil es einfach, ja, mein Husten, meine Stimme. Ich bin einfach wirklich, wirklich krank. Und genau, und heute ist der erste Tag, an dem es zumindest so halbwegs geht. Deswegen wird auch die heutige Podcast-Episode etwas sportlicher ausfallen. Letzte Woche war es absolut unmöglich, aber dafür habt ihr ja am Wochenende zuvor eine Episode bekommen, die doppelt so lang war wie normalerweise. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir heute gar keinen großen Ausflug in die Hitze des Gefechts, wortwörtlich, sondern starten wir heute mit dem Thema, über das ich heute sprechen möchte, was ich sehr, sehr spannend finde, persönlich, auch privat, aber ihr vielleicht auch, oder ihr kennt es vielleicht noch gar nicht, habt vielleicht noch nie was davon gehört. In diesem Sinne würde mich auch interessieren, ob ihr das folgende Thema denn schon kennt oder nicht. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich unterhalte mich mit euch darüber auch sehr gerne am Discord. Deshalb könnt ihr auch da fleißig diesbezüglich euch unterhalten. Wir sprechen heute, wie es der Titel schon verrät, über das Thema Ecopoint. Und viele Leute werden jetzt sagen, Ecopoint, was soll das eigentlich sein? Hat das irgendwas mit ökonomisch zu sein, zu tun oder ökologisch? Oder was heißt Eko eigentlich in diesem Zusammenhang und was heißt Point vor allen Dingen? Was ist der Punkt sozusagen hinter dem Eko? Ecopoint ist eine Art und Weise... Nee, Moment. Dafür muss man eigentlich viel weiter zurückgehen. Dafür muss man eigentlich sich zuerst die Frage stellen, woher kommt dieses ganze Point? Früher, als das Klettern erstmals so beliebt wurde in den 70ern und so zu einem Modesport wurde, da gab es den sogenannten Red Point. Red Point war eine Art der Durchsteigung einer Route. Im Prinzip geht es dabei darum, dass vor den 70ern sehr viel technisch geklettert wurde. Also da wurden sehr oft Stifte irgendwo in eine Felsritze reingeschlagen oder in einen Riss reingeschlagen und daran wurde sich dann hochgezogen und so wurde sich sozusagen die Wand erarbeitet, Schritt für Schritt über technische Hilfsmittel. Irgendwann, vor allen Dingen in den 60ern und 70ern, hat sich das dann irgendwie in eine andere Richtung entwickelt und der Trend des normalen Red Points, das man heute so kennt, wurde sehr üblich oder wurde erstmals auch gerade im Frankenjura sehr beliebt. Denn dabei ging es darum, dass wenn man eine Route geschafft hat, darf man sozusagen einen roten Punkt drunter setzen, aber eben nur, wenn man diese Route vollkommen ohne technische Hilfsmittel überwinden konnte. Sichern war immer schon okay bei Red Point, also quasi einen Friend setzen oder einen Keil legen oder einen Bohrhaken verwenden. Das war so alles immer ganz okay, aber sich die Route zu erarbeiten war eben nicht über technische Hilfsmittel erforderlich, erforderlich, sondern eben über die reine Kraft, Ausdauer und Technik, die man hatte im Sinne des eigenen Körpers. Und das hat sich dann durchgesetzt tatsächlich in den 70ern. Heute kennt man beim Sportklettern den Red Point oder wie es halt im Frankenjura hieß logischerweise Rotpunkt, eigentlich nur unter, ja, nur unter ganz normalem Klettern. Also man kann sich nicht vorstellen, dass im Sportklettergarten jetzt technisches Klettern das Übliche wäre oder dass das irgendwie was Besonderes wäre, wenn man Rotpunkt durch eine Route steigt. Deshalb hat sich irgendwann auch eine andere Subart des Durchsteigens entwickeln, das On-Site-Klettern, das Flash-Klettern, das sind alles so kleine Erscheinungen, die alle aus dem Sportklettern kommen. Manche kommen aus Amerika, manche wurden in Deutschland erfunden, beziehungsweise das sind ja im Prinzip nur Regeln, die man sich selbst auferlegt hat. Im Prinzip kann man sagen, jede Route gilt als geschafft, wenn man oben ist, wenn man unten angefangen hat und oben auskam. Nach dieser Logik hat man sich das eigentlich immer schon so zurechtgelegt, bis irgendwann mal Leute gekommen sind und gesagt haben, naja, wieso sollen wir eigentlich diejenigen, die quasi das über eine ganz andere Art gemacht haben, aber die gleiche Route, warum sollen wir uns nicht von den anderen irgendwie absetzen, dass man quasi einen Unterschied sieht, dass wir das nicht alle gleich machen. Und da kam dann letztlich eben dieses Red Point-Klettern, das Rotpunkt-Klettern erstmals, ja, in die Gesellschaft der Kletterer. Diesen Stil des Red Point-Kletterns, den gibt es, wie gesagt, jetzt seit ungefähr 50 Jahren. Den Stil des On-Site-Kletterns und des Flash-Kletterns, den gibt es ungefähr seit 30 Jahren. Da sind diese Arten des Durchsteigens sozusagen, ja, ich sag jetzt mal, beliebter geworden und haben sich durchgesetzt. Auf der anderen Seite gibt es heute immer noch das technische Klettern, dass es nicht so etwas Ungewöhnlich ist. Es ist aber ehrlicherweise aus den niedrigen Schwierigkeitsgraden mittlerweile sehr verschwunden. Beim Sport-Klettern ist es sowieso komplett verschwunden. Bei Alpin-Klettern kennt man es streckenweise schon noch, dass man irgendwo einen Haken schlägt und sich dann irgendwo hochzieht oder dass man eine Trittleiter verwendet. Das sind Dinge, die sind noch nicht so unüblich, denn da geht es oftmals halt darum, dass man eine gewisse Tour machen möchte, wie es zum Beispiel ständig im vierten und fünften Schwierigkeitsgrad und das sind jetzt 18 Seillängen beispielsweise und eine Seillänge, da ist halt ein Siemer dabei. Ich selber kann aber nur in Sechster klettern, dann nehme ich mir eben die Trittleiter mit, dann kann ich diese Tour trotzdem machen, habe eine schöne Zeit, habe sehr viele schöne Seillängen und die eine Seillänge, die habe ich mir dann eben technisch erarbeitet. Es ist überhaupt kein vorwurfsvoller, oder es ist überhaupt kein Stil, dem man irgendwie irgendwelche Vorwürfe machen sollte, ganz im Gegenteil. Es ist eine historisch sehr, sehr wichtige Art des Klettersports, die hat sich eben nur in den letzten Jahren ein bisschen zurückentwickelt. Viele Leute sagen, wer technisch da irgendwo hochklettert, der war nicht oben. Das sind Dinge, über die kann man diskutieren, das ist eine Meinungsfrage, da gibt es kein richtig oder falsch, deswegen auch hier, auch hier werdet ihr andere Meinungen haben als ich. Man muss sich das einfach selber überlegen, was es einem für einen selber bedeutet, wenn man eine Route geht oder eine Tour macht, ob das nur dann zählt, wenn man wirklich gar keinen Haken als Hilfestellung verwendet hat, im Sinne einer Trittleiter oder als Griff oder sonst irgendwie, oder ob es einem einfach nicht so wichtig ist. Das muss man einfach selber für sich abstimmen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, reden wir aber über den Ecopoint. Der Ecopoint, der kam erst vor wenigen Jahren, vor sehr wenigen Jahren, in die Kletterszene, kann man eigentlich gar nicht sagen, denn da ist er noch gar nicht angekommen. Das Klettern ist eigentlich ein Sport, der sehr naturverbunden ist. Wir kommen ja aus dem Bergsport, wir Kletterer, und da ist dieser Gedanke, übrigens, ich komme auch gleich nochmal dazu, warum Ecopoint nicht nur für Kletterer wichtig ist, auch für Bergsteiger ist Ecopoint eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Da gibt es ja diese naturverbundenen Kletterer, aber irgendwie hat das immer so ein bisschen was Komisches, wenn sich die naturverbundenen Kletterer dann in ihren 25 Liter auf 100 Kilometer verbrauchenden VW-Bus reinschmeißen und da dann pennen und damit 200 Kilometer irgendwo über die Alpen brettern, damit sie dann an einen neuen Spot kommen und so weiter. Das ist doch irgendwie komisch, dass wir als naturverbundene Sportler eigentlich den größten Schrott hinter uns lassen, nämlich diverse Abgase aus unseren Autofahrten und wir eigentlich alles andere als ökologisch unterwegs sind. Das hören die meisten nicht gerne, aber wir sind auch eine sehr umweltverschmutzende Sportart oder eine sehr umweltverschmutzende Disziplin. Vielleicht weniger als jetzt das Formel 1 Fahren oder andere Sportarten oder Fußballspielen, wo große Stadien für uns errichtet werden, aber natürlich haben wir auch einen ziemlich guten Fußabdruck, sage ich jetzt mal, auch wenn dieser Begriff natürlich nicht sehr stimmig ist. Trotzdem muss man sich natürlich überlegen, wollen wir als naturverbundene Bergsportler und Kletterer nicht doch irgendwie einen Weg einschlagen, der dem gerechter wird, sage ich jetzt mal. Und da ist ein Begriff irgendwann erfunden worden, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, der Ecopoint. Und der Ecopoint beschreibt nichts anderes, als dass man sich diese Tour, die man da jetzt gemacht hat, angenommen ich möchte jetzt auf, sagen wir mal, die westliche Zinne klettern. Dann wäre es eine Rotpunktbegehung, wenn ich jede Seillänge komplett ohne technische Hilfsmittel nach oben gestiegen wäre und das dann geschafft hätte und auch ohne Sturz. Und wenn ich das Ganze dann noch ein bisschen schwieriger machen möchte, dann kann ich das Ganze natürlich auch on-site machen. Das heißt, ich habe keine Informationen über die Route. Ich weiß, wie schwer sie ist, aber sonst weiß ich gar nichts und dann muss ich da durch und einsteigen und ich darf auch kein einziges Mal stürzen und wieder von vorne anfangen, sondern das muss beim ersten Mal alles gleich klappen. Das ist on-site klettern. Und dann gibt es jetzt eben auch noch diese neue Regel, die wir uns auferlegt haben, nämlich den Ecopoint. Das bedeutet, wir reisen vollkommen ohne irgendwelche Hilfsmittel auch zu unserer Tour an. Ja, und das muss man erst mal sacken lassen. Denn das sind schon ein paar Pässe und ein paar hundert Kilometer hier aus Österreich runter an die westliche Zinne und aus Deutschland oder Norddeutschland sind es gleich mal tausend. Insofern, das ist natürlich dann schon eine große Herausforderung, so ein Ecopoint. Ist jetzt natürlich die Frage, wie praktikabel ist das und ist das nicht eigentlich kompletter Quatsch und Schwachsinn? Als ich das das erste Mal gehört habe, war mein Gedanke dazu, irgendwie ist das nicht praktikabel. Als Bergsportler ist das Problem ja, dass wir an unsere Berge insofern gebunden sind, als dass wir, wenn wir eine bestimmte Tour machen möchten oder einen bestimmten Berg besteigen möchten, ja, dass wir halt dahin müssen, logischerweise. Und genau da liegt natürlich auch das Problem begraben, wenn man an unterschiedlichen Orten wohnt. Jeder hat es dann unterschiedlich schwer, auch so einen gewissen Ecopoint zu erfüllen. Also sozusagen diese komplett, ich sage jetzt mal klimafreundliche Anreise. Jetzt muss man auch dazu sagen, das ist das nächste Problem an dieser neuen Idee, es ist nicht exakt eindeutig definiert. Also wenn ich jetzt beispielsweise den Zug nehmen würde, dann würde das nach meinem Verständnis auch dem Ecopoint entsprechen. Aber andere Leute sagen dann wieder, nein, nur aus eigener Muskelkraft erarbeiteter Routen und Touren sind ein Ecopoint. Das gibt es auch nochmal diese Unterscheidung, dass man sagt, nur wenn man selber auch wirklich sich alles aus eigener Muskelkraft erarbeitet hat, nur dann ist es der Ecopoint. Also auch keine Seilbahn zu verwenden, auch keine Züge zu verwenden und so weiter. Ich finde, da sollte man auch nochmal eine kleine Unterscheidung machen, denn Ecopoint, wenn man jetzt dem Namen nachgehen möchte, ist es natürlich auch schon mal sehr viel ökologischer, wenn ich mit dem Zug anreise. Diese Idee, aus eigener Muskelkraft anzureisen, ist auch etwas Cooles. Da gibt es ja auch, gab es auch schon in der Vergangenheit, sehr große Projekte, die da unter diesem Stern umgesetzt wurden. Ich erinnere da beispielsweise an die 4000er-Challenge, 8000er-Challenge wollte ich jetzt schon sagen. Ich bin nicht ganz auf der Höhe heute. Auf der 4000er-Challenge von Ueli Steck, wo er alle Distanzen zwischen den einzelnen Bergen mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, das war beispielsweise so ein Ecopoint. Aber man muss das Ganze auch im Sinne der Praktikabilität betrachten. Also der Durchschnittsbergsteiger wird niemals, ich sage jetzt mal von Berlin, mit dem Fahrrad zum Großglockner oder zur Dufuerspitze oder weiß ich nicht, zum Grand Paradiso Gurken. Das wird faktisch nicht passieren. Deshalb bleibt ja auch die Frage, ist jetzt eigentlich der Berliner der Affe, der sozusagen einfach zu faul ist, dass er sozusagen den Aufwand auf sich nimmt, oder ist eigentlich derjenige, der im Austertal schon wohnt, beim Grand Paradiso, ist das nicht einfach quasi die verwöhnte Sau? Das ist sowas, deswegen finde ich diese Idee etwas strittig. Ich bin nicht ganz d'accord mit dieser Idee zu sagen, naja, wenn du es dir nicht aus eigener Muskelkraft erarbeitet hast, dann ist das halt leider kein Ecopoint. Schade, schade. Aber da muss man auch die Frage stellen, die mir jetzt sofort in den Sinn kommt, ist das eigentlich nicht komplett wurscht? Ich bin ja ein Verfechter dieser Idee zu sagen, wie du auf einen Berg raufkommst, ist vollkommen egal. Du musst es für dich selber einfach wissen, wie du das machen möchtest. Aber unterm Strich ist es wurscht, ob du da technisch hoch bist oder im Roadpunkt oder on-site oder das ist eigentlich doch vollkommen egal. Hauptsache du hattest Spaß und du hattest eine schöne Zeit. Warum muss ich eigentlich so eine komische neue Regel schaffen, damit andere Leute den Anreiz dahinter sehen, ökologischer in die Berge zu reisen? Wir haben, wie ich schon angesprochen habe, ja eine große Mitschuld im sportlichen, nur im sportlichen Bereich jetzt da, als Bergsportler an den ökologischen Zuständen und wir sind abseits des Sports natürlich ein ganz, ganz kleiner Fisch, aber innerhalb der Sportwelt nicht ganz unschuldig und die ganze Reiserei ist natürlich der Hauptgrund dafür, denn sonst sind wir ja wirklich ökologisch unterwegs und sehr nachhaltig unterwegs. Aber die Anreise allein damit dann irgendwie besser zu machen, indem man sagt, hey, möchtest du nicht so einen Eco-Point mal machen, das finde ich ein bisschen, naja, das hat so einen Kindergartenansatz. So, du kriegst einen Stern in deinem Stickerheft, wenn du mit dem Fahrrad kommst. Und ich finde die Idee dahinter ja großartig, aber sie kann nicht so umgemünzt werden, wie es damals die Ideen von Redpoint und Co. waren und Pinkpoint und so weiter. Das ist was anderes. Also, wir sollten da vielleicht das Ganze entkoppeln und als eine einzige, eine ganz, ganz neue, alleinstehende Art des Bergsteigens und des Kletterns betrachten, aber nicht in dieses Reglement-Schema einzufügen. Denn die Leute sind, naja, ich sage jetzt mal, ein bisschen stur auch. Wenn wir Menschen versuchen zu überzeugen, dass sie in ihren Gewohnheiten etwas ändern, dann sollten wir da nicht mit Regeln drüber fahren. Man kann natürlich verpflichtende Regeln machen, die vielleicht auch per Gesetz gelten, wie, dass man halt nicht im Naturschutzgebiet irgendwie den Müll hinterlässt und ein Zelt aufstellt und so weiter. Aber die Leute sind das immer in einer gewissen Weise widerwillig. Und diese Widerwilligkeit, die sollten wir ja in den Bergen, äh, ich sage jetzt mal, vermeiden. Denn die Leute kommen ja hier alle her zum Entspannen. Und wenn wir sie dann unter ein gewisses Regelkleid werfen, dann könnte das vielleicht eher wieder zu so einer Trotzreaktion führen, dass man sagt, naja, fahre ich erst jetzt recht mit dem Auto. Was interessiert mich so ein komischer Eco-Point von den ganzen Öko-Fuzzis? So. Wie gesagt, das ist nicht, das soll kein Argument gegen diese Idee sein, sondern es soll ein Argument gegen die Umsetzung sein. Ich finde persönlich die Idee nämlich cool, dass man sagt, ich reise von Anfang bis Ende mit dem Fahrrad beispielsweise zu meiner Bergtour an. Ich würde es aber niemandem vorwerfen, wenn er nicht mit dem Fahrrad kommt, weil er beispielsweise in Hamburg wohnt oder in Köln oder was weiß ich. Und wenn der Mann aus Köln oder die Frau aus Köln auf den Großglockner möchte, dann kann ich es ihr nicht verübeln, dass sie nicht mit dem Fahrrad kommt. Das ist ja alles auch eine Frage der Zeit. Das ist auch alles eine Frage des Aufwands, eine Frage des Könnens auch. Und wir müssten Berge als solches komplett neu in ihren Schwierigkeiten definieren. Und vor allen Dingen würden die individuellen Schwierigkeiten plötzlich sehr, sehr anwachsen, sodass man sagen kann, ein Berg ist ja nicht mehr so und so schwer, weil alle beim selben Punkt starten, sondern wenn du in Köln startest, dann wird der Punkt oder der Berg massiv schwieriger, als wenn ich in Kalsam-Großglockner wohne beispielsweise und nur die 20 Minuten mit dem Fahrrad da hochgurken muss zum Parkplatz. Deswegen, ich finde die Praktikabilität und die Vergleichbarkeit nicht so gut und deswegen finde ich das Modell des Eco-Points auch nicht sehr gelungen, weil diese Red-Point-Pink-Point-Regeln on-site, das war immer schon eine Möglichkeit, um auch Leistungen miteinander vergleichen zu können. Der Eco-Point bräuchte mehr Erklärungsbedarf, um vergleichbar zu werden und wenn man sagt, ja, aber wir wollen das ja gar nicht vergleichbar machen, sondern das soll ja quasi einfach nur so eine Idee sein und das soll ja sozusagen einfach nur der griffige Name für dieses Modell sein, dann finde ich es schlecht gewählt, denn das implizieren diese Punktregeln, seit es den Klettersport gibt, dass es vergleichbar ist. In den 70er Jahren haben sich die alten Hasen in den 80ern im Frankenjura von den ganzen technischen Kletterern abgrenzen wollen mit ihrem Red-Point, um eine neue Art der Vergleichbarkeit zu schaffen. Jene, die Red-Point klettern können, eine gewisse Schwierigkeit beispielsweise und jene, die das nicht können. Und da sehe ich den großen Unterschied zum Eco-Point, denn wenn ich einen Eco-Point gemacht habe und ich zum Beispiel auf der Speckkarspitze im Karwendel war und mit dem Fahrrad gefahren bin, dann ist das nichts wert, im Vergleich dazu, wenn ich auf dem Großglockner mit dem Fahrrad fahre, weil das sind 250 Kilometer und drei große Pässe mehr. Das macht halt gar keinen Sinn. Da finde ich zum Beispiel die Idee oder den Ansatz bei Fair Means schon sehr, sehr viel cooler. Bei Fair Means ist im Prinzip das Modell, das es zuvor gab, die Idee oder die Philosophie, die es vor dieser Eco-Point-Thematik gab und die galt auch schon viel mehr für den Bergsport im Allgemeinen, denn diese Eco-Point-Geschichte, das war immer auf Klettertouren bezogen. Also wer beispielsweise auf die Martinswand gehen möchte, um eine mehrseitlänge zu klettern, der fährt mit dem Fahrrad und dann hat er ein Eco-Point gemacht. So, aber diese bei Fair Means Idee war immer schon, dass man versucht, so ökologisch und so fair wie möglich zu einem Berg zu kommen. Das Modell ist im Prinzip dasselbe wie beim Eco-Point, dass man sagt, ja, man fährt mit dem Fahrrad hin beispielsweise und man geht zu Fuß die Strecke. Das ist ja auch eine ziemlich krasse Idee. Aber das Ganze ist dann so ganz abgekoppelt von irgendeiner klassischen Leistungsvergleichstabelle, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das finde ich schon sehr viel besser, denn bei Fair Means heißt zum Beispiel, wenn ich auf den Ortler möchte, dann mache ich mich jetzt auf den Weg, packe meine Sachen und gehe zu Fuß bis zum Ortler runter, gehe auf den Ortler, gehe wieder runter und gehe wieder nach Hause. Dann habe ich den Ortler bestiegen und zwar bei Fair Means. Und das finde ich cool. Ich finde es cool, weil es losgelöst ist von einer Thematik, die eigentlich mit der Sache selber nichts zu tun hat. Ich finde es cool, weil es auch gar nicht die Frage nach der Vergleichbarkeit stellt. Es ist auch cool, wenn man hier beispielsweise vielleicht so als Idee der Vergleichbarkeit so ein paar Kennzahlen einfügen könnte. Bei Fair Means 500, das waren 500 Kilometer Anreise beispielsweise. Wir haben eben sehr stark gekoppelt die Berge an das Auto. Das ist ein Problem, das können wir aber auch nicht von heute auf morgen ändern oder lösen. Wir können diese Vergleichbarkeit, die der Mensch halt auch irgendwo braucht und gerne hat, dass man sagt, okay, ich war auf dem Ortler an einem Tag oder in zwei Tagen oder in drei Tagen oder wie auch immer, da wissen alle vom Parkplatz bis zum Gipfel und wieder runter. Diese Art der Vergleichbarkeit war immer gleich, denn es sind doch alle immer gleich angereist im Prinzip. Deswegen ging die Vergleichbarkeit auch. Aber wir brauchen diese Vergleichbarkeit oder das heißt wir, aber die Menschen brauchen ganz oft diese Vergleichbarkeit. Die jetzt auszuklammern, wäre glaube ich nur falsch, weil es wird halt dann einfach keinen interessieren. Aber wie wäre es denn, wenn wir diese Spiele der Vergleichbarkeit, die der Mensch ja offensichtlich braucht, nutzen und sagen, hey, ich habe ein ByFairMeans Besteigerung gemacht von der Dufour-Spitze und zwar, weil keiner weiß, wo ich herkomme, ich bin halt ByFairMeans 300 Kilometer gefahren. Das mit dem Fahrrad. Das wäre doch geil. Das wäre doch cool. Da kann man sagen, das waren ByFairMeans 300. So. Das wäre eine Vergleichbarkeit und wenn derjenige aus Köln jetzt auf dem Großglockner fährt, ich habe keine Ahnung, wie weit das von Köln jetzt zum Großglockner ist, aber ich sage jetzt einfach mal 800 Kilometer, dann wäre das ein ByFairMeans 800 und das wäre dann eine richtig harte Sau, weil die sind mit dem Fahrrad zum Großglockner gefahren und dann auch noch raufgegangen. Das sind Projekte, die finde ich cool. Das Problem, was ich dabei aber sehe, ist, dass wir in der Gesellschaft der Bergsteiger natürlich auch eine sehr quantifizierte Thematik haben. Also, wir müssen ja so viele Berge wie möglich besteigen. Wenn ich bei uns auf dem Discord oder auch in meinem privaten Umfeld schaue, wenn da jemand einen Urlaub macht und Bergsteigen geht, da geht es um die Masse, da geht es nur um die Zahl. Es geht darum, wie viele Berge schaffe ich technisch in drei Tagen, in fünf Tagen, in sieben Tagen, damit ich das Maximum aus meinem Urlaub rausgeholt habe. Das ist genau das Gegenteil von einem Echo Point. Das ist genau das Gegenteil von einer ByFairMeans Idee. Denn da versucht man, so effizient wie möglich, die Hütten zu takten und die Wegzeiten und welchen Gipfel kann ich noch wo mitnehmen und so weiter, das werden wir niemals schaffen, wieder aus den Köpfen der Leute rauszubekommen. Ich glaube, dafür sind wir einfach zu viel primitiv, also zu primitiv, zu viel Tier geblieben. Wir müssen sozusagen sammeln. Wir können nicht einfach nur eine Sache genießen, sondern wir müssen so viel sammeln wie möglich, auch um dann natürlich das herzeigen zu können und zu sagen, hey, guck mal, hier sieben Gipfel, acht Gipfel, neun Gipfel an einem Wochenende, schaust dir an. Ist natürlich Quatsch. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ist natürlich Blödsinn und ich finde diese Herangehensweise schlecht und ich mag das auch gar nicht. Aber ganz ehrlich, wir werden es den Leuten nicht austreiben können und der Ansatz zu sagen, ich fahre jetzt mit dem Rad, ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad und fahre in die Schweiz und fahre zum Piz Bernina oder fahre zum Piz Palü oder Richtung Diavouletza und wandere dann da auf die Diavouletza rauf und schlafe dann da und am nächsten Tag gehe ich auf den Piz Palü. Das ist ein Vorhaben, das braucht eine Woche, also Hin und Retour insgesamt. Da wird man eine Woche unterwegs sein. Wer möchte sich denn für einen Berg die Zeit nehmen, eine ganze Woche unterwegs zu sein? Das wird halt keiner machen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem der Praxis. Und ich für mich selber sehe das, würde da ja nicht eine Ausnahme machen. Also ich persönlich werde mich wahrscheinlich nächste Woche in ein Auto setzen und in die Alpen, in das Gebiet der Alpen fahren, in das ich jetzt möchte und in dem ich bergsteigen möchte. Ich werde dann nicht mit dem Fahrrad hinfahren, denn ich habe so wenig Zeit, dass ich die Zeit, die ich habe, gerne mit den Bergen nutzen möchte, die mir gefallen, mit den Touren, die mir gefallen. Und wenn ich jetzt beispielsweise in sechs Wochen wieder Zeit hätte, ja dann ist das Zeitfenster halt leider schon erloschen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sammeln muss und so viele Gipfel wie möglich mitnehmen muss. Aber wenn ich mir zwei, drei Touren raussuche und ein Fenster von einer Woche habe, dann ist es unrealistisch zu sagen, dass ich das bei Fermins schaffen werde. Da vor allen Dingen auch mein Auto mehr Ausrüstung mitnehmen kann und muss, als ich auf meinem Fahrrad mitnehmen könnte. Weil wenn ich zwei Halbseile, aber auch ein Einfachseil mitnehmen muss, aber alleine oder zu zweit unterwegs bin, dann wird das einfach auch rein logistisch schon quasi unmöglich. Also ich müsste halt mit einem 90 Liter Rucksack plus Packtaschen irgendwie auf dem Fahrrad und so weiter anreisen. Da hört es halt mit der Praktikabilität auf und da mache ich auch wirklich, wie gesagt, niemandem einen Vorwurf, der dann darauf verzichtet. Ich finde den Ecopoint und ich finde die Idee dahinter und ich finde auch das bei Fermins Bergsteigen, ich finde das alles löblich und gut, aber wir sollten erstens mal die Ecopoint-Idee weglassen. Ich finde, das ist der falsche Ansatz, weil Ecopoint und Klettern hat miteinander nichts zu tun, denn wir reden ja hier viel mehr von der Anreise oder von der Idee, wie man hochkommt oder wie man dorthin kommt, anstatt über das Klettern zu reden. Die Point-Regeln, dieses Reglement, dass sich die Kletterer in den 60ern ausgedacht haben, hat aber immer schon was mit dem Klettern zu tun. Also ich würde ja auch jetzt nicht anfangen, meinen Fahrradzustieg oder meine Fahrradfahrt zu einem Berg irgendwo in die Bergsteigerschwierigkeitsskala reinzupressen. Das ist ja Quatsch. Das sind einfach, man sollte hier einfach keine Vermischungen machen. Das bei Fermins fand ich schon viel, viel besser, finde ich schon viel, viel besser, aber auch hier wieder, wie praktikabel ist es für jemanden oder wie sehr sollte man das zur Normalität erklären, dass die Leute bei Fermins anreisen. Es wäre schön, die Berge werden sehr viel weniger frequentiert, besucht, sie werden sehr viel entschleunigter, es wäre sehr viel weniger los in den Bergen, wenn man sagen würde, jeder Bergsteiger, also quasi, dass es zur guten Tugend wird, bei Fermins unterwegs zu sein. Fände ich sehr cool, aber ich fände es auch ein bisschen schade für alle Menschen, die jetzt irgendwo in Hamburg wohnen und dann vielleicht nicht mehr in die Berge gehen würden, weil sozusagen der nicht-Bei-Fermins-Bergsteiger, der mit seinem Auto am Parkplatz fährt, vielleicht verachtet wird oder sowas. Also nicht, dass das passiert, aber ich sage nur, das wäre zum Beispiel so eine Entwicklung, die ich nicht schön fände. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde die Beifermins-Idee gut, man muss sich nur überlegen, wie man das umsetzt und vor allen Dingen, wie man das massentauglich macht. Diese Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Idee. Ich möchte da auch in Zukunft ein paar Videos dazu machen, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge kommt. Auf der anderen Seite, ich habe in der Vorbereitung für diese Video-Idee auch schon festgestellt, eigentlich könnte ich viel einfacher ein Video darüber machen, wie beschissen es eigentlich ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu kommen. Deswegen stelle ich mir halt die Frage, wie kann ich mich dann eigentlich hinstellen und für die öffentlichen Verkehrsmittel Werbung machen, als perfektes Transportmedium in die Berge, wenn sie eigentlich komplett beschissen sind. Also da kann ich mir selber nicht zuhören, wenn ich sage, geh doch mal und fahrt mit den Öffis in die Berge. Das ist halt, also ich habe ja schon mal eine Podcast-Episode darüber gemacht, aber das ist basically einfach scheiße. Und es gibt Ausnahmen, es gibt viele Ausnahmen, aber das sind halt dann meistens auch die Touri-Krebs-Orte, wo du wirklich gar keinen Spaß mehr am Bergsteigen hast, weil es mit Bergsteigen halt auch gar nichts mehr zu tun hat. Und da frage ich mich halt dann schon, ja, naja, bei Fair Means, davon sind wir halt noch sehr weit weg. Und wenn man nur noch einmal im Jahr auf einen Berg kommt, weil man einfach eine Woche Urlaub braucht und mit einem Fahrrad anreisen kann, dann weiß ich halt jetzt schon, dass diese Idee gut und löblich ist, aber in der Praxis niemals eine Anwendung finden wird, bei den wenigsten Leuten. Nicht bei keinem, aber definitiv bei den wenigsten. Und die ganze Grundidee hinter bei Fair Means und Echo Point war ja, dass man viele Leute dazu bringt, einen neuen, nachhaltigeren Weg einzuschlagen, um Berge oder auch um Klettertouren zu erreichen. Und das sehe ich aber hier halt einfach nicht. Und deswegen, es bleibt, glaube ich, weiterhin eine Idee. Ich glaube, es bleibt auch was für Idealisten, befürchte ich. Auch ich nutze mein Fahrrad immer mehr jetzt, um auch vor allen Dingen zu Klettergärten und zu Mehrseitlängentouren zu kommen. Aber eines ist sicher, ich werde, wie gesagt, die kommenden Tage in den Westalpen sicher nicht mit dem Fahrrad bewältigen und das hat sehr viele Gründe und nicht zuletzt, und da bin ich auch ehrlich und ein schlechter Mensch, nicht zuletzt auch, weil ich dafür zu faul bin, dass ich mich jetzt hier hinsetze und 600, 700, 800 Kilometer mit dem Fahrrad fahre, 10.000, 15.000 Höhenmeter, dazu fehlt mir die Zeit, dazu bin ich zu faul, das gebe ich sehr ungerne, aber das gebe ich zu, dafür bin ich auch zu schlecht im Fahrradfahren, ich komme dann dort nicht an wahrscheinlich, weil ich dafür halt einfach zu schwach bin, aber ich möchte diese Berge besteigen und ich möchte diese Touren, die ich mir vor Jahren vorgenommen habe, umsetzen und das ist im Prinzip alles, was ich da tue und man kann mir einen Vorwurf machen, dass ich das jetzt nicht ökologisch richtig mache, ich möchte aber trotzdem weit daran erinnern, die Praktikabilität zählt am Ende des Tages sehr häufig, in der gesamten Gesellschaft, egal worum es geht, egal in welcher Form, wenn es um ökologischere Lebensformen geht und auch in diesem Fall ist es nicht anders und auch deshalb weiß ich, dass es niemand in meiner Situation anders machen würde, das soll keine Ausrede sein, aber es ist nun mal die Tatsache zum heutigen Zeitpunkt, vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern, aber mal schauen, was so gesellschaftliche Entwicklungen mit sich bringen, ich begrüße jeden Ecopoint, ich begrüße jede Besteigung bei Fair Means, aber ich weiß auch, als der, ja, pessimistische Realist, dass das nicht die Masse sein wird und dass sich das auch nicht in Kürze ändern wird, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr mir gerne mal in die Kommentare schreibt oder auch per Mail schreibt, was ihr es schon so bei Fair Means gemacht habt, außer natürlich den Berg hinterm Haus, es würde mich sehr interessieren und bis zur nächsten Folge am Sonntag versprochen, wie immer, Bergheil.